ok liebe leute wir machen weiter bei city skyline 2 und wir werden jetzt erst mal ganz kurz hier hinten auch ein bisschen öffentlichen verkehr einbauen und zwar habe ich mir überlegt dass wir eine buslinie hier im kreis fahren lassen dann haben wir das krankenhaus mit drin und eine buslinie werden von hier hinten über den bahnhof zu dem industriegebiet führen so dass die arbeiter da ein bisschen lang fahren können und wir fangen mal an mit den bushaltestellen dann bauen wir mal eine hier am krankenhaus ich würde sagen ich lasse wieder zwei linien fahren eine im uhrzeiger sind eine gegen den uhrzeiger sind das machen wir so dann haben wir da eine bus haltestelle ich überlege schon ob es sinn macht an jedem block aber das wäre glaube ich zu viel oder aber schaden kann es ja auch wiederum nicht ich würde die linie glaube ich gar nicht am bahnhof jetzt lang führen sondern das könnt ihr eine umsteige stelle werden umsteige haltestelle für die andere linie die dann zum bahnhof fährt dann machen wir das nachher angenommen wird und ob das so ein bisschen unser problem mit den autos löst so mehr brauchen wir erstmal nicht an haltestellen denke ich dann hier hinten reicht glaube ich eine und die setze ich gleich wieder um hier die sollte da reichen so da können sie umsteigen dann geht die linie hier hin dann würde ich die linie hier hinten lang führen da habe ich ja schon eine bus linie ich muss sich irgendwann schon mal vorgeplant haben oder bin mir gerade gar nicht so sicher warum die da schon sind vorne einer am werk da habe ich auch schon bus haltestellen ich hatte das glaube ich schon mal vorgehabt ja auch wirklich eine buslinie dann zu bauen denke ich mal dann fährt er durchaus mal hier rein dann haben wir da eine bus haltestelle da eine bus haltestelle und dann kann er hier zurückfahren dann haben wir mehrere umsteiger optionen so dann werden wir die linien erstellen linientool wir fangen mal hier an das macht sich am besten wir nehmen erste linie im also gegen den uhrzeigersinn da muss ich auch schon mal irgendwann bus haltestellen geplant haben ich depp naja kostet ja nicht so viel da haben wir die erste fertig jetzt machen wir die gegen den uhrzeigersinn im uhrzeigersinn zack 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 und hier hat man angefangen glaube ich zack so die werden auch erst mal umbenennen das werden die neuen hier sein acht und noch was ich mache hier mal kurz gelb das tool haut glaube ich gerade wieder nicht richtig hin warum auch immer alle ausblenden und die wieder einblenden jetzt geht's ja das sind die richtigen selber anzahl von haltestellen jawohl dann nennen wir das die muss ich anders nennen jetzt ich sag mal city 3 a und city 3 b ich muss die mal umbenennen das ist nämlich city 1 und das ist nämlich eigentlich city 2 so wäre es besser so dann die nächste linie starten wir mal hier hinten so erstmal wieder gegen den uhrzeigersinn gegen den uhrzeigersinn so das ist die umsteigestelle dann fahren die hier am bahnhof lang ich wollte ich glaube hier hätte ich noch eine setzen können wollen dürfen das werde ich noch mal machen nachher da bin ich vergessen dahin dahin dann erstmal dahin hier können sie umsteigen auf die andere linie dann dahin 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 und zurück eigentlich ist es bei der linie glaube ich quatsch 2 zu bauen weil die fährt ja quasi immer hin zurück ja bei der ist es quatsch das ist ja keine wirkliche kreislinie da reicht eine richtung hier fehlt mir was so ähm ja wartet mal wir bauen mal hier noch hier würde ich nochmal glaube ich das ist aber ganz schön knapp ne dann mache ich es lieber hier glaube ich das wird mit der kreuzung mit dem busson so knapp dass der hier wieder links rum muss und dann setze ich lieber hier nochmal eine so zack jetzt muss ich die erstmal umbenennen das dürfte jetzt die hier sein das ist dann ähm city 2 work also die arbeitslinie ich mach die mal kurz hoch rot ne rot sind die externen ich mach mal die arbeiterbusse grün und die reihen statt die dem bleib mal blau so jetzt sind wieder alle nicht eingeblendet so city wo ist da ist er ach ich kann in dem menu nicht zu nicht ziehen dann muss ich wieder hier rein ja das passt dann werden wir den hier aber auf dem hinweg auch nochmal schnell ran basteln weil wenn die sonst zum hafen wollen fahren die einmal komplett im kreis dass der einmal vorher schon abbiegt yes fertig ähm jetzt ist die frage ob wir genug busse haben ne das hier das hier unser busdepot ne taxidepot wo ist das busdepot hier ist das busdepot ach der hat noch mal gucken da müssen jetzt ein paar mehr rausfahren ach so ähm ich will die umstellen auf e-busse auch die neuen linien warte mal ganz schnell das war der wir nehmen alles e-busse und kostenlos natürlich sechs von elf zugewiesene fahrzeuge plötzlich schon ok das wird dann aber denke ich mal wirklich knapp mit den mit den bussen im depot oh da müssen wir vielleicht ein zweites bauen und der arbeitsbus e-bus ticketpreis 20 busse zugewiesene oh da bin ich mal gespannt das wird nämlich nichts ähm ich glaube da bauen wir doch mal ein bus ein busdepot was kann er hier außerhalb der stadt liegen irgendwo ähm busdepot mal gucken ob da auch gleich welche rausfahren geht nämlich schon los ne und dann erweitern wir das auf e-bus sonst geht das nämlich gar nicht glaube ich und ich hab's wieder kacke gebaut ich hab's wieder jetzt wieder einen hier irgendwie noch verschieben ist ist jetzt egal 65 busse sind erstmal ok so Feuerwehrhubschrauberdepot das haben wir wir gucken mal ganz kurz nach den verbrauchen Strom haben wir mehr als genug Wasser haben wir auch noch mehr als genug und ich hab mal gegoogelt ein bisschen wie das mit dem mit der Nachfrage für hohe ähm ja Gebäude sind so das hängt wirklich durchaus vom vom Studentenanteil in der Stadt ab das heißt wir müssen echt gut die Bildung ausbauen so dass jeder der studieren will auch studieren kann so ich würde gerne mal glaube ich ein Touristen eine Art Touristenattraktion bauen was hat man da alles hier Touristenattraktionen ein Aussichtsturm eine Bronzestatue einen Wasserpark mittelalterliche Burg eine mittelalterliche Burg als ja das kann man hier hin machen vielleicht so als kleine Touristenattraktion aber dann kackern die da komplett durch das kleine Wohngebiet durch das gefällt mir nicht ha das gefällt mir nicht eine Bronzestatue was bringen die nochmal Erholung im Außenbereich das kann man machen dann können wir hier nachher noch so ein bisschen Park anlegen ein paar Bäume pflanzen wir glaube ich schon mal hin ähm Pinsel Einzelplatz hier Pinsel Pinselgröße Pinseldichte Pinseldichte Birken ne wir machen mal nicht gemischt Fichte irgendwo war noch ein Nadelbaum oder? Fichtekiefer Kommen ja auch noch ab und zu DLCs ne vielleicht kommt ja irgendwann wieder richtig sowas mit mit Parks oder so 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 72.000 ja wir haben einfach nicht ich glaube wir setzen mal nochmal ich verdiene gerade nicht viel oder? ach doch nie das pro Stunde ähm pro Tag sind 1,8 wir setzen mal glaube ich die Steuern nochmal runter da muss ich aber aufpassen jetzt das geht jetzt ruckzuck also wir können 1,8 Millionen Steuern mal kurz runtersetzen 1,8 Büros wir gehen mal hier nochmal einen runter kann ich das sehr gut ausgebildet ne das das ist das wäre unfair die Steuern jetzt noch ähm dann zu trennen oder? das ist glaube ich nicht so schön so Industrie mal gucken wir haben erstmal so viel Knete wir haben erstmal so viel Knete hier ist ein bisschen Stau ich habe hier diese Wohngebiete ein bisschen ungünstig angelegt da habe ich nicht aufgepasst da habe ich meiner ursprünglichen Struktur nicht gefolgt ähm Taxi Stände Taxi Stände kann man eigentlich auch noch mehr bauen ähm wo haben wir denn Taxi? das ist Taxi Taxi Stände das war einfach mehr Taxi Stände noch zwischendurch irgendwo reinhauen so ein bisschen auf den Nebenstraßen so ein bisschen auf den Nebenstraßen haben wir hier direkt Taxi Stände haben wir hier direkt Taxi Stände? doch das ist glaube ich der Taxi Stände das haben wir da dann haben wir hier noch einen rein na da haben wir schon Taxi Stände dann machen wir noch einen hier hier in der Stadt haben wir auch nicht viele machen wir einen da hin bitte ah weißt du was wenn ich die Nähe von den Bussen baue dann verbrate ich nicht so viel Straßen Platz weil an den strahl also da wo bushalte stahl sind kann ich ja keine bäume pflanzen und so was das am rand das geht noch nicht das welche irgendwann mal glaube ich in ruhe so bisserl sortieren da brauche ich ein bisschen ein bisschen mehr ruhe dann zu ich speichere mal kurz ab damit haben wir jetzt denke ich mal erst mal ganz gut öffentlichen verkehr angelegt so jetzt wollen die alle erst mal wieder einfamilienhäuser hier mal erst mal noch platz zeit ist aber schon wieder um das machen wir der nächsten folge in der nächsten folge werden wir noch mal echt ja noch mal wirklich einfamilienhäuser pflastern und zwar kann man das hier durchaus noch mal weiterführen in die richtung und hier können wir noch mal einfamilienhäuser bauen dass wir erstmal wieder einwohner reinbekommen und mehr studenten und mehr ständen 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 das ist das geheime ist glaube ich für mittlere und hohe dichte die nachfrage gut liebe leute wenn es euch gefallen hat dann lasst bitte wirklich einen like da das ist unheimlich wichtig für das rating bei youtube und wenn ihr mich langfristig unterstützen wollt dann denkt vielleicht auch über ein abo oder eine kanal mit gieft nach sofern jetzt noch nicht getan hat ansonsten wünsche ich euch für immer einen schönen tag und wir sehen uns beim nächsten mal tschau tschau ja ja Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020